Erstens, als musikpädagogische Begründungen für einen kunstwerkorientierten Musikunterricht werden keine auf das Kunstwerk bezogenen Argumente genannt, sondern über verdeckende Begriffe allgemeine Erziehungsziele angegeben, wie zum Beispiel Selbstbestimmung, Mündigkeit, Bewältigung der Zukunft. Zweitens, Lernen im Musikunterricht wird als gegenstandsbezogene Aneignung aufgefasst. Daher stehen im Zentrum der didaktischen und methodischen Überlegungen Fragen zur Analyse und zur Vermittlung des musikalischen Kunstwerkes. Das Werk soll verstanden werden. Drittens, um Kunstwerke angemessen verstehen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse erwerben in musikalische Analyse, Musiktheorie, Musik- und Kulturgeschichte. Viertens, Musik wird beschrieben, analysiert und bewertet. Dazu werden verbindliche Kriterien zur Beurteilung von Musik vorausgesetzt, teilweise auch benannt. Diese orientieren sich an musikalischen Traditionen der europäischen Kunstmusik. Fünftens, die Schülerinnen und Schüler sollen durch den Umgang mit musikalischen Kunstwerken ihre musikalisch-ästhetische Urteilskraft ausbilden und schärfen und somit auch andere Musiken fachlich kompetent beurteilen können. Sechstens, die Rolle des kulturellen Subjektes wird den Komponisten zugeschrieben, die ihre jeweilige Interpretation der sie umgebenden Welt in den Werken künstlerisch umgesetzt haben. Die Schülerinnen und Schüler bleiben in der Rolle der Rezipienten. Siebtens, es werden keine Überlegungen angestellt, wie der Prozess des musikalischen Lernens bei den Schülerinnen und Schülern verläuft bzw. verlaufen soll. Ebenso fehlen Angaben, wann und wie oder ob überhaupt die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Rezipientenrolle heraustreten und Subjekte oder Schöpfer von Kultur werden können.